So, jetzt können wir mit dem Oszilloskop endlich mal gucken, wie die 230 Volt Netzspannung ausschauen. Willkommen zum heutigen Video, Teil Nummer 5 von unserer genialen Ostsee-Reihe. Wir schauen uns heute mal an, wie man 230 Volt messen kann. Also wie man jetzt zum Beispiel die 230 direkt von der Steckdose messen kann. Oder wie wir irgendwelche Geräte, die 230 Volt haben, wie man die messen kann. Und was wir dabei aufpassen müssen, weil das ist nämlich ganz schön gefährlich. Da gebe ich euch ein paar wirklich wichtige, wichtige, lebenswichtige Tipps. Weil das ist nicht ohne Messen, nicht einfach irgendwie 230 Volt. Das kann richtig, richtig nach hinten losgehen. Da besteht definitiv Lebensgefahr. Also schaut das Video bitte nicht nur, damit ich viele Views und Zuschauer und Minuten und Zeug kriege. Sondern schaut es das bitte an, wenn es nicht wirklich bereits 100 Prozent wisst, wie ihr mit dem Ostsee 230 Volt aus der Steckdose messen könnt. Davor schauen wir uns aber noch was anderes total Interessantes an. Und zwar habe ich euch ja schon mal gesagt, hier bei dem Ostsee steht zum Beispiel auf der Seite 1 Megaohm und 17 Pico Farad. Und da schauen wir uns jetzt heute mal an, was das bedeutet. Was heißt dieses 1 Megaohm und was bedeuten diese 17 Pico Farad? Was müssen wir darauf aufpassen, wenn wir da irgendwas machen? Und wie spuckt diese 1 zu 10 Teilung rein? Wie ändert die diese Angaben auf dem Ostsee drauf? Wir hüpfen also mal gleich direkt rein. Ich habe Multimeter mitgebracht, denn da steht drauf 1 Megaohm. Also gehen wir halt einfach mal hin und messen mit dem Multimeter jetzt einfach mal ganz stupide den Widerstand. Ich meine, wenn da 1 Megaohm draufsteht, dann müssen wir den ja theoretisch auch messen können. Also man sieht jetzt hier schon mal 50 Hertz, die hier übers Kabel reinkommen. Und jetzt messen wir einfach mal ganz stupide hier den BNC-Anschluss. Und tatsächlich, siehe da, wir haben wirklich 1 Megaohm. Wir haben hier wirklich einen Widerstand von 1 Million Ohm. So, jetzt kann mein Multimeter auch noch Kondensatoren messen. Ich bin mir unsicher, ob wir es hinkriegen mit meinem Messgerät. Und leider Gottes fängt es erst bei Nano-Verrat an. Also ich kann jetzt die Kapazität nicht messen. Aber die schauen wir uns nachher gleich in einem praktischen Beispiel an, wo uns die Kapazität reinspuckt. So, was bedeutet jetzt 1 Megaohm? Ich erkläre es euch jetzt erstmal theoretisch und dann machen wir ein paar messtechnische Beispiele. Könnt ihr unten in den Kapiteln weiterschalten, wenn euch das Schreibsel von mir nervt. Wir betrachten also jetzt erstmal einfach unseren Standard-Tastkopf, den wir dranhängen haben. Und wie man hier erkennen kann, 10-Fachteiler, 1-Fachteiler, der Schiebeschalter ist auf der rechten Seite. Wir haben also einen 1-Fachteiler drin. Wir haben bei unserem Tastkopf auch ein Megaohm. Also der Tastkopf ändert nichts daran. Bedeutet, diesen Megaohm, das wir gerade gemessen haben am Oszilloskop, haben wir auch hier vorne am Tastkopf an der Spitze anliegen. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir haben hier draußen ja dieses Schirmgeflecht, haben wir gesagt, und wir haben innen drin einen Leiter, den Innenleiter von diesem Koaxialkabel. Und die laufen jetzt nach hinten zum Ostsee. Und wenn wir jetzt ein Ersatzschaltbild für unser Oszilloskop, beziehungsweise auch für unseren Tastkopf hinmalen würden, bedeutet das nichts anderes wie, wir haben hier einen Widerstand mit einem Megaohm und parallel zu diesem Widerstand haben wir einen Kondensator mit 17 Picofarad. Und hier draußen haben wir Masse. Das geht also hier nach unten und das Ganze dann also gegen Erde, beziehungsweise gegen unsere Masse, wenn wir unsere Schaltung messen. Was machen nun diese eine Megaohm und diese 17 Picofarad mit unserer Schaltung? Die 17 Picofarad können uns reinspucken, das haben wir ja schon mitgekriegt, wenn wir höhere Frequenzen messen wollen. Da haben wir das Problem, dass die 17 Picofarad uns durch diese Flanken, die die abglätten, ein Kondensator glättet ja die Spannung, da kann es passieren, dass uns die 17 Picofarad die Spannung kaputt machen. Ein Megaohm bedeutet, da wird unsere Schaltung belastet. Wenn wir jetzt zum Beispiel ganz einfach einen Spannungsteiler messen, wir haben hier oben 12 Volt, gehen auf einen Widerstand, gehen auf einen weiteren Widerstand und gehen dann auf Masse. Und nun schalten wir einfach mal unser Oszilloskop an diesen Spannungsteiler. Wir wollen einfach mal die Spannung an dieser Stelle hier messen. Wir gehen also mit der Tastkopfspitze an den Spannungsteiler und mit unserer Masse, die im Übrigen beim Tastkopf sowohl hier als auch hier hinten abgegriffen werden kann, mit unserer Masse gehen wir einfach unten an die Masse unserer Schaltung. Jetzt bedeutet das für uns, dass dieser Widerstand hier hinten mit einem Megaohm gleichzeitig auch hier vorne anliegt. Wir schalten also diesen Widerstand mit einem Megaohm, ich zeichne jetzt euch mal strichliert ein, den schalten wir parallel zu unserem Widerstand, den wir hier messen wollen. Jetzt ist es ein Megaohm. Jetzt sagt natürlich jeder, naja, ein Megaohm ist ein Riesenwert, da braucht man gar keine Angst haben, das macht uns nichts. Jetzt nehmen wir mal einen Spannungsteiler an mit 12 Volt und der obere Widerstand hier hat ein Megaohm und der untere Widerstand hier hat auch ein Megaohm. Bedeutet, wir schalten diesen Megaohm, weiteren Megaohm parallel. Zweimal ein Megaohm parallel geschaltet ergibt unterm Strich 500 Kiloohm. Das heißt, da haben wir plötzlich einen viel, viel kleineren Widerstand, als wir eigentlich gerne messen würden. Deshalb gibt es den 1-Fach-10-Fach-Schalter, denn dieser 1-Fach-10-Fach-Schalter hat den Vorteil, dass er nicht nur die Spannung durch 10 dividiert, also wir hätten dann statt 12 Volt 1,2 Volt, sondern der 10-Fach-Teiler hat den Vorteil, und da haben wir jetzt endlich dieses 10x 10 mal vernünftig dargestellt, wir haben 10 Megaohm Eingangswiderstand. Dann bedeutet es, beim 10-Fach-Teiler würden wir unseren 1 Megaohm nur noch mit 10 Megaohm belasten und 1 Megaohm und 10 Megaohm parallel geschaltet sind wahrscheinlich irgendwie 0,909 Megaohm. Also deutlich weniger Belastung für unseren Spannungsteiler in dem Fall. Dann haben wir noch unsere Kapazität hier hinten dran. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Schaltung nehmen, die eine Kapazität hat, und ich denke jetzt da mal ganz konkret an eine ganz klassische Schaltung, und zwar ein Quarz, der in der Regel irgendwie zum Mikrocontroller hochgeht, hier oben haben wir irgendwo µC, und der Quarz hat in der Regel immer irgendwelche Kondensatoren unten dran, damit der vernünftig schwingen kann. Und diese Kondensatoren, die sind ja irgendwas zwischen 10 bis 30 Picofarad. So um der Größenordnung liegen diese Kondensatoren. So, was passiert nun, wenn wir unsere Messspitze hier anschließen, weil wir wollen nämlich gucken, ob der Quarz vernünftig schwingt. Bedeutet, wir schließen einmal unsere Messspitze vorne am Quarz an, und irgendwo müssen wir uns Masse herholen, damit wir vernünftig messen können. Jetzt haben wir natürlich wie vorher den Widerstand, auch plötzlich hier den Kondensator, den wir hier parallel zu unserem anderen Kondensator schalten. 17 Picofarad vom Oszilloskop schalten wir parallel zu unseren 10 bis 30 Picofarad. Und in meinem Kondensator-Video habe ich euch das ja erklärt. Zwei Kondensatoren parallel geschaltet ergibt eine größere Plattenfläche und eine größere Plattenfläche ergibt größere Kapazität. Wir haben also statt, wenn wir jetzt 10 Picofarad als Wert nehmen, 10 Picofarad und parallel dazu die 17 Picofarad, bedeutet das, wir haben einen Kapazitätswert von 27 Picofarad. Die addieren sich einfach zusammen, wir schalten es parallel, es addiert sich einfach dazu. Und da kann man jetzt glaube ich schon erkennen, wir sehen es im praktischen Beispiel nachher gleich richtig gut, wenn wir hier 17 Picofarad zum Kondensator dazuschalten, dann hat der keine Lust mehr zu schwingen. Das ist ein Problem, das wir mit der Kapazität kriegen können, nebst der Glättung von sehr hohen Frequenzen, die wir dann dadurch nicht messen können. Die Kapazität ist ein bisschen spannender, wenn wir auf den 10-Fachteiler gehen, denn ich schreibe es euch jetzt einfach mal hin und ihr überlegt euch jetzt mal ganz kurz selber, drückt es auf Pause und überlegt es euch mal, warum wir jetzt hier nicht 170 Picofarad oder 1,7 Picofarad. Drückt es auf Pause und überlegt es euch mal, woran das liegen könnte. Wenn ihr das jetzt euch überlegt habt, gibt es die Auflösung. Ich habe euch ja im zweiten Video gezeigt, es gibt auf der Rückseite so eine kleine Schraube und mit dieser Schraube haben wir den Tastkopf abgeglichen. Bedeutet, wir haben im Tastkopf mit dieser Schraube einen kleinen veränderbaren Kondensator drin und dadurch, dass wir diese Schraube drehen, kompensieren wir den Kondensator im Oszilloskop raus. Das heißt, der Kondensator im Oszilloskop und der Kondensator im Tastkopf, die heben sich gegenseitig auf. Und wenn wir das absolut perfekt abgleichen können, den Tastkopf, dann haben wir hier tatsächlich 0 Picofarad und die Kapazität vom Oszilloskop beeinflusst unsere Schaltung gar nicht mehr. Also das ist ein richtig cooler Effekt, also ein weiterer Grund, warum wir eigentlich immer mit der Zehnfachteilung arbeiten sollten und die Einfachteilung einfach ignorieren sollten. Ich habe uns jetzt hier einen Versuchsaufbau zusammengesteckt. Es befinden sich hier auf dem Brettboot jetzt zwei Widerstände, ein ganz klassischer Spannungsteileraufbau, einmal ein Megaohm oben, ein Megaohm unten. Das Ganze hier über USB, direkt vom Ostsee sogar versorgt. Wir haben also 5 Volt vom USB auf unserem Brettboot hier drauf. Wir können auch gleich schon mal mit Kanal 1 Masse anschließen und oben die 5 Volt anschließen. Und schon können wir wundervoll erkennen, wir haben hier exakt 5 Volt anliegen von unserer USB-Versorgungsspannung. So, nun haben wir den Spannungsteiler aufgebaut und wir messen jetzt einfach mal die Spannung mit der Einfachteilung auf Kanal 2, Teilung einfach. Und rein theoretisch, ein Megaohm oben, ein Megaohm unten sollte halbe halbe geben, also 2,5 Volt. Wir schließen das Ganze an und erhalten, wenn wir umschalten auf Kanal 2 mit unserem Spannungsmesser, einen Wert von 1,65 Volt. So, und jetzt ist das natürlich ein bisschen komisch, weil, wenn ich einen Spannungsteiler habe, 1 zu 1 Spannungsteilerformel, die Spannung soll sich eigentlich halbieren. Wir haben jetzt plötzlich 1,65 Volt. Das resultiert jetzt einfach daraus, dass wir diesem einen Megaohm, der in unserer Schaltung sich befindet, einen Megaohm von unserem Oszilloskop parallel schalten. Wir haben also in Summe nicht mehr einen Megaohm, sondern 2 mal 1 Megaohm parallel, 500 Kiloohm. Und nun fallen quasi diese Spannungen mit 1 Megaohm oben, 500 Kiloohm unten anders ab. Wir haben einen anderen Spannungsteiler. Wir haben einen belasteten Spannungsteiler plötzlich, weil uns diese 1 Megaohm so extrem reinfeuern. Und das ist jetzt ziemlich uncool, weil 1,65 Volt, wenn ich jetzt hier irgendeine Schaltung analysieren will und messen will, und wir haben hier eine Abweichung schon von 0,8 Volt, da brauche ich kein teures Ostsee, weil wenn das irgendwas anzeigt, dann kann ich genauso gut mit dem Finger drauf, mit dem Feuchten und gucken, ob eine Spannung fließt. Also haben wir jetzt hier den klassischen Fall, wo wir die Zehnfachteilung benötigen. Ich schalte jetzt Kanal 1 mal auf Zehnfach um. Bei Kanal 1 ist es zum Glück egal. Da können wir auch mit der Einfachteilung arbeiten. Da wird es keine Rolle spielen, weil die USB-Versorgungsspannung, die kann die Leistung treiben. Also da braucht man keine Angst haben, dass das 1 Megaohm zu sehr belastet. Wir schalten jetzt hier aber auf Zehnfach um, einfach damit wir überall das Gleiche drin haben. Kanal 2 stellen wir auch auf Zehnfach um. Den Multimeter auch wieder auf Zehnfach. Gleiche Skalierung, 1 Volt. Ich schalte hier am Tastkopf direkt auf Zehnfach um. Und wenn ich nun die Spannung messe, können wir erkennen, wir haben plötzlich fast 2,5 Volt. Wir bleiben bei 2,38 Volt hängen, weil natürlich 1 Megaohm plus 10 Megaohm paradel, da sind wir bei 909,0909 Kiloohm. Also auch da belasten wir ein wenig. Aber wir können erkennen, 2,38 Volt, wir weichen nicht mehr so sehr ab. Bedenkt also das auf jeden Fall, wenn ihr irgendetwas messt. Auch wenn ihr jetzt hier diese Eingangsimpedanz lest, mit einem Megaohm, und dann denkt, boah, ein Megaohm, das ist richtig viel. Oder ein Faktor 10 Teiler, boah, das ist richtig viel. Denkt immer im Hinterkopf dran, selbst diese 10 Megaohm würden euch eine Spannungsquelle in dem Fall belasten. Wir haben jetzt natürlich ein extremes Beispiel mit einem Spannungsteiler, ein Megaohm, ein Megaohm. Aber auch wenn wir andere Verhältnisse haben, das wird belastet. Die Messung beeinflusst immer irgendwie die Schaltung. Und jetzt gehen wir gleich zur Kapazität, weil da können wir uns noch ganz was Tolles anschauen. Ich habe uns hier etwas Schönes mitgebracht, und zwar eine Gscheido-Inno-Platine, weil ich da einen Schaltplan habe und weiß, was verbaut ist. Also kann ich euch da ganz toll was erklären. Auf dieser Gscheido-Inno-Platine befindet sich für das Programmiergerät vorne, für den Atmega 32U2, der da vorne dran hängt, ein kleiner Quarz dran. Und dieser Quarz hat den großen Vorteil, deswegen mag ich den so gerne, der hat den riesigen Vorteil, der hat die Kondensatoren bereits integriert. Und in dem Fall hat der Quarz 15 Pico-Farad-Kapazitäten dran. Links und rechts, hier war es vom Quarz, damit er schwingen kann. Eine 15 Pico-Farad-Kapazität. Ich verwende ein kleines Stück Draht und hole mir hier erstmal Masse, damit wir irgendwo unseren Masseanschluss tätigen können. Und nun bleiben wir auf der 10-Fach-Einstellung. Ich habe hier den Frequenzzähler aktiviert, was das Ostsee auch mit dabei hat. Und wenn wir jetzt mit dem 10-Fach-Teiler, ich bleibe so wie bei der Messung vorher, einfach mal auf unseren Quarz gehen und messen, erhalten wir ein wunderschönes Signal und mit ein bisschen Abweichung. Vielleicht zählt es Ostsee nicht ganz 100% genau. Vielleicht passt der Quarz auch nicht zu 100%. Aber wir haben ja kompensiert. Es müsste soweit passen. Unser Tastkopf beeinflusst den Quarz nicht. Wir schwingen wundervoll vor uns hin. Wir können jetzt hier nochmal eine AC-Kopplung reinmachen. Dann kann man sehen, wie quasi das Signal auch wirklich runterwandert und dann auch um die X-Achse schwingt, was wir in den Folgen davor auch schon mal behandelt haben. Wieder zurück zur DC-Kopplung. Dann hüpft er wieder nach oben. Und nun werden wir uns was Interessantes anschauen. Ich gehe jetzt hier gleich mal mit der Teilung nach oben. Denn ich schalte jetzt um auf die Einfachteilung hier am Tastkopf. Was bedeutet, wir haben, was steht drauf, 17 Picofarad an unserem Tastkopf. Das heißt, diese 15 Picofarad von dem Quarz, der hier schwingt, diesen 15 Picofarad werden jetzt nochmal 17 Picofarad parallel geschaltet. Das heißt, wir haben 15 plus 17 sind 32 Picofarad. Und wenn wir jetzt wieder, ich fahre wieder auf dieselbe Stelle vom Quarz hin. Man kann das jetzt schon erkennen. Ich gehe auf die AC-Kopplung, dann sieht man es sogar noch besser. Er schwingt vor sich hin. Aber er schwingt deutlich, deutlich schlechter. Und die Frequenz, die passt auch nicht so ganz. Also da merkt man, da hat er irgendwelche Probleme. Das klappt nicht so ganz, wie das Ganze klappen soll. Also die Kapazität von unserem Tastkopf beeinflusst zum Beispiel eben so einen Quarz. Also wenn ihr irgendwas, was schwingt, messen wollt, oder irgendwelche hohen Frequenzen messen wollt, müsst ihr euch im Hinterkopf behalten. Die Kapazität vom Tastkopf, die kann euch hier auch wieder die Messung versauen. So, und jetzt ziehen wir das Ganze gleich nochmal weiter. Ich habe ja gesagt, wir haben den Tastkopf abgeglichen. Bedeutet, wenn wir jetzt den Quarz nochmal messen, die Schwingung vom Quarz uns nochmal anschauen, bin jetzt wieder auf dem Zehnfachteiler. Wir haben jetzt hier die Schwingung vom Quarz. Wird bedeuten, wenn ich den jetzt nicht richtig abgleichen würde, den Tastkopf, könnte es passieren, dass wir mit unserem schlechten Abgleich wieder so eine große Kapazität hinkriegen, oder auch eine kleine Kapazität, dass plötzlich wieder unser Quarz nicht schwingen anfangen würde. Und das kann man jetzt schon erkennen. Jetzt haben wir eine unstabile Situation. Er schwingt, aber er hört wieder auf zu schwingen. Er schwingt wieder. Da sind wir also bei einem Punkt, da müssen wir auch drauf aufpassen. Also das Zehnfach allein, das hilft uns nichts. Man muss den Tastkopf natürlich auch hier rechts abgleichen, damit er auch vernünftig funktioniert. Und auch diese Kapazität abgeglichen und ausgeglichen ist. Aber das habe ich ja in den davorigen Videos bereits erklärt. So, nun gehen wir zum spannendsten Thema, nämlich wir messen jetzt endlich mal die 230 Volt, beziehungsweise wir messen sie nicht. Ich erkläre euch das lieber erst mal in der Praxis, was ihr da zu beachten habt. Wir springen gleich ins kalte Wasser. Wir nehmen unser Oszilloskop und messen mit unserem Oszilloskop mit unserem Tastkopf einfach direkt mal die Spannung von der Steckdose, so wie ich euch das im Intro-Video gesagt habe. Nun müssen wir ein paar Dinge beachten. Wir schließen erst mal den Außenleiter, also die Masse von unserem Oszilloskop, an einen Punkt der Steckdose an und wir schließen den Innenleiter, also die Spitze des Tastkopfes, an die andere Seite unserer Steckdose an. Was müssen wir nun alles beachten? Ein Oszilloskop, wenn es an der Netzsteckdose hängt, haben wir ja gelernt, kriegt hier hinten irgendwo mit dem Kaltgerätestecker unser L, unsere Phase kommt hier hinten rein. Wir kriegen unser N, unser Nullleiter und wir haben noch irgendwo, weil ist eine Schutzkontaktsteckdose, PE mit dran, also unsere Erde, Potenzial Erde. Nun haben wir gesagt, unser Koaxialstecker, der irgendwo hier liegt, hat außenrum Erde, was für uns bedeutet, wir haben hier an diesem Punkt Erdverbindung. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Steckdose aussieht. Das wissen wir ja nicht. Wir haben eine Steckdose an der Wand und wir wissen jetzt eigentlich nicht, wo kommt Phase an und wo kommt der Nullleiter an. Also müssen wir einfach mal eins annehmen. Wir nehmen jetzt erst mal an, dass links die Phase ankommt an unserer Steckdose, also hier kommt die Phase hin, L und rechts kommt unser Nullleiter an. Nehmen wir jetzt einfach mal an für unsere Steckdose. Was passiert nun? Wir haben zum einen unsere Spitze des Oszilloskops mit L verbunden. Das scheint jetzt erst mal gar nicht so schlimm zu sein. Wenn man vorne aufs Ost-Süd drauf schaut, da steht irgendwas von 300 Volt RMS. Könnte also an sich funktionieren. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wir haben den Nullleiter mit unserer Erde verbunden. Was passiert nun als allererstes? Und das ist jetzt noch, könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, der bessere Fall. Also es ist jetzt wirklich der bessere Fall, der passieren kann. Es passiert nämlich folgendes, dass uns der Fehlerstromschalter, der Fi-Schutzschalter, der fliegt. Denn wenn ein Fehlerstrom vom Nullleiter zur Erde fließt, ist ja auch der Test, wie man Fi testet, wenn ein Fehlerstrom vom Nullleiter zur Erde fließt, fliegt uns der Fi raus. Das ist jetzt noch der gute Fall. Wir sitzen im Dunkeln. Aber es ist soweit noch nicht viel passiert. Nun der zweite Fall. Wir drehen das Ganze um, weil wir wissen ja nicht, wo die Steckdose angeschlossen ist. Sagen wir mal, die Steckdose hat rechts unseren Leiter, unsere Phase und links den Nullleiter. Jetzt passiert hier erstmal mit unserer Spitze nichts, denn die Spitze geht an Nullleiter. Also das tut der Spitze nichts, da hängt ja keine Spannung dran. Also an sich nicht so schlimm. Was passiert aber mit unserem rechten Anschluss? Wir haben hier Phase und schließen quasi Phase direkt über die Erde kurz. Und das ist der ganz, ganz schlimme Fall, der eintreten kann. Ich mache jetzt das sogar mit dem roten Pfeil. Das ist der ganz, ganz schlimme Fall, der eintreten kann, weil da reißt man einen richtig dicken Kurzschluss. Und wenn wir Glück haben, fliegt erstmal der Fi, aber selbst wenn der Fi fliegt, es fließt ein relativ hoher Strom und die Chance ist durchaus gegeben, dass im Ostsee drin was kaputt gehen kann. Und da sitzen wir auch definitiv im Dunkeln. Wenn wir Glück haben, passiert uns persönlich nichts. Das Ostsee wird vermutlich kaputt sein. Die Sicherung fliegt vermutlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit und der Fi vielleicht auch. Den Fall hatte ich schon gelegentlich, wenn man unachtsam ist und nicht aufpasst, dann kann das definitiv passieren. Jetzt behandeln wir noch zwei weitere wichtige Themen. A, wollen wir natürlich jetzt wissen, wie kann man das hinkriegen, dass man das Ganze misst? Und B, worauf müssen wir beim Messen grundsätzlich aufpassen? Und ich erkläre euch jetzt erstmal grundsätzlich das Wichtigste, worauf man zuerst aufpassen muss. Es gibt nämlich eine sogenannte Messkategorie. Und diese Messkategorie sagt uns aus, ob wir oder was für Spannungen und wo wir darauf aufpassen müssen, wo diese Spannungen sind, wir mit einem Messgerät messen können. Ich nehme jetzt einfach mal mein Multimeter, das ihr auch schon sehr genüge kennt. Und bei meinem Multimeter steht zum Beispiel vorne drauf Cat 4, 600 Volt, Cat 3, 1000 Volt. Wenn ich jetzt den Tastkopf hier anschaue, dann steht natürlich auch eine Messkategorie drauf, muss draufstehen bei Messköpfen, bei Messkabeln und Einrichtungen. Und hier steht zum Beispiel drauf, beim Zehnfachteiler 300 Volt, Einfachteiler, 150 Volt, Cat 2. Und wenn ich jetzt hier sehe, Kategorie 2, 150 Volt bei Einfachteilung, 300 Volt bei Zehnfachteilung. Wenn ihr jetzt 230 Volt messt, kann das Ding ja theoretisch mit der Zehnfachteilung. Und ihr schaltet unabsichtlich mal hier um, auf Einfach, weil ihr anstoßt, dann scheppert es. Dann geht vielleicht hier drin was kaputt, oder beim Oszilloskop geht was kaputt. Also das wäre ein Thema mit einem umschaltbaren Tastkopf. Wenn der mit Einfachteilung nur 150 Volt kann, würde ich niemals irgendwie da gucken, dass ich mit dem 300 Volt, 230 Volt messe. Würde ich niemals machen. Also, wir schauen uns jetzt die Kategorien an. Wir fangen an mit der Kategorie 1. Und Kategorie 1, das wäre im Prinzip Geräte ohne Netzverbindung. Also Batterie betrieben, beziehungsweise Geräte mit der Schutzklasse 3. Da geht das auch noch. Das wäre Kategorie 1. Also das wäre die ganz unterste Kategorie. Kategorie 2. Das wäre also die Kategorie, die unser Tastkopf kann. Und was da jetzt brutal wichtig ist, man denkt sich jetzt Geräte ohne Netzversorgung, Batterie betriebene Geräte, Schutzklasse 3. Diese Kategorie, die steht auf dem Ostsee drauf. Also das Rigol Ostsee ist Kategorie 1. Kategorie 2. Bedeutet, ihr dürft mit dem Oszilloskop, so wie das hier vorne im Anschluss ist, also mit dem direkten BNC-Anschluss oder so weiter, dürft ihr nicht Netz messen. Ihr dürft keine Netzspannung messen. In Kombination mit dem Tastkopf dann wieder eher. Aber, so wie das jetzt da ausschaut, dürft ihr hier zum Beispiel gar nicht mal dran denken, 230 Volt aus der Steckdose zu messen. Wir gehen weiter zur Kategorie 2. Und Kategorie 2, das wären jetzt zum Beispiel Haushaltsgeräte. Also alles mit dem Schuko-Stecker. Das dürfen wir mit Kategorie 2 dann bereits messen. Also wir haben hier draufstehen Kategorie 2. Rein theoretisch dürften wir hier mit dem Tastkopf also an irgendeinem Haushaltsgerät, das ein Schuko-Stecker hat, messen. Bedeutet aber noch nicht, dass wir mit diesem Teil direkt an die Steckdose dürfen. Wir gehen weiter im Programm. Kategorie 3. Das wäre jetzt die Messung in der Hausinstallation. Mit dem Kategorie 3 Tastkopf beziehungsweise auch mit dem Gerät hier, das kann auch Kategorie 3, dürfen wir direkt an der Steckdose messen. Nicht mit Kategorie 2. Wichtig, merken. Und Kategorie 4 wäre dann die höchste Kategorie, die es in der Messklasse gibt. Das wäre quasi nicht Hausinstallation, sondern Hausanschluss. Also das wäre im Zählerschrank drin und so weiter. Da könnte man mit Kategorie 4 messen. Wichtig bei den ganzen Angaben, egal ob Kategorie 1 oder Kategorie 4, egal wohin, ist immer noch die Spannung. Und die wird in der Regel in RMS, also Effektivwert, angegeben. Bedeutet, mein Multimeter hat Kategorie 3000 Volt. Ich kann also an Hausinstallationen bis zu 1000 Volt messen mit dem Gerät. Der Tastkopf hier hat mit einer Zehnfachteilung 300 Volt Kategorie 2. Bedeutet, ich könnte rein theoretisch mit dem Tastkopf Netzspannung irgendwo in der Kaffeemaschine drin, im Toaster, könnte ich mit dem Tastkopf mit Zehnfachteilung die Netzspannung messen, da 300 Volt kann. Effektiv. 150 Volt bei der Einfachteilung, da habe ich schon verloren. Da kann ich schon nicht mehr die 230 Volt aus der Hausversorgung messen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, Leute. Guckt es euch die Messkategorie an. Dürft ihr überhaupt messen? Und nun, da wir wissen, dass wir eventuell mit dem Teil eine Kaffeemaschine vermessen dürfen, müssen wir uns jetzt anschauen, wie wir dieses Problem hier wegkriegen. Und zwar, dass wenn wir die Kaffeemaschine messen wollen, plötzlich die Sicherung fliegt und wir im Dunkeln sitzen. Und jetzt muss ich euch da was ganz Schreckliches zeigen. Und zwar höre ich das immer wieder. Wir haben unser Ostsee. Und unser Ostsee hat wie vorhin unseren Anschluss L, die Phase, N, den Nullleiter und unseren PE-Leiter. Und jetzt habe ich das schon, auch in den Kommentaren zur Ostsee-Reihe hat das jemand geschrieben. Jetzt gibt es Leute, die sagen, naja, wenn ich sowas messe, dann mache ich das ganz einfach. Dann klemme ich einfach die PE ab. Leute, das ist per Gesetz verboten. Es ist Null Sicherheit bei dem Gerät da. Wenn irgendwas intern passieren sollte, kann es passieren, dass auf den BNC-Buchsen, auf den Außenleitern, plötzlich 230 Volt anliegen. Ihr langt dagegen. Der FI hat keine Chance zu fliegen, weil PE abgeklemmt ist. Wenn ihr das macht, ist absolut Lebensgefahr angesagt. Also auf gar keinen Fall PE abklemmen. Um das Ganze irgendwie hinzukriegen, gibt es eine viel geschicktere Möglichkeit. Und diese geschicktere Möglichkeit nennt sich Trenntraffo. Ein Trenntraffo erzeugt uns eine galvanische Trennung von 230 Volt zum Beispiel. Wir haben also einen Trenntraffo. Der hat in der Regel eine 1 zu 1 Wicklung dran. Wir haben hier L. Wir haben hier N. Haben also hier die 230 Volt drüber anliegen. Und wir kriegen auch hier hinten 230 Volt raus. Aber wir haben hier einen L-Strich und einen N-Strich. Und diese Spannungen hier hinten haben mit den Spannungen vorne, da es ja galvanisch getrennt ist vom Traffo, nichts zu tun. In der Regel haben die Trenntraffos noch irgendwo PE mit dran. Dieses PE wird aber hinten nicht an die Steckdose ausgeführt. Ich blende euch mal ein Bild ein von so einer Steckdose, damit ihr wisst, wovon ich rede. Wenn wir jetzt also unser Ostsee mit einem Trenntraffo benutzen, sieht das Ganze folgendermaßen aus. Und ich kann euch jetzt bitte nur noch mal ans Herz legen, guckt das Video wirklich zu Ende. Hört es jetzt nicht auf und sagt, sei ein Trenntraffo, passt, ich bin auf der sicheren Zeit. Wir haben hier richtig kritische Themen. Bitte guckt das Video zu Ende. Es geht mir nicht um meine Viewerzeit oder um sonst irgendetwas. Es geht mir wirklich um eure Sicherheit. Wir haben hier L-Strich. Wir haben hier N-Strich. Und nun gehen wir hier auf unseren Trenntraffo. Und dieser Trenntraffo hat jetzt L, N, eine komplett galvanische Trennung. Wir haben also hier hinten ein Spannungspotenzial. Wenn ich hier vorne gegen L fasse, dann feuert es mir eine und der Fi fliegt. Wenn ich hier vorne gegen N fasse, passiert nichts. Wenn ich hier hinten gegen L fasse, habe ich plötzlich 230 Volt, die keinen Erdbezug mehr haben, weil der Traffo uns diesen Erdbezug wegnimmt. Wir haben eine galvanische Trennung, so heißt es. Wir haben keinen Bezug mehr zu unserer Erde, also wirklich zu unserem Boden. Da haben wir keinen Bezug mehr. Das heißt, wenn wir hier hinten gegen L fassen, dann passiert uns nichts. Da fließt kein Strom durch unseren Körper in die Erde ab. Wenn wir hier hinten gegen L und N fassen, dann scheppert es trotzdem. Also tut es nicht zu leichtsinnig sein und denkt, ja, das ist ein Trenntraffo, da kann nichts passieren. Passt bitte trotzdem auf. Und wir haben jetzt hier tatsächlich keinen PE-Anschluss mehr und da wir einen Trenntraffo haben, sind wir jetzt gesetzlich auf der richtigen Seite. Jetzt sind wir beim wirklich kritischen nächsten Punkt. Jetzt denkt man sich, ja, ich habe jetzt hier wieder meinen Tastkopf und ich habe wieder meine Steckdose wie vorhin und jetzt schließe ich einfach hier einmal den Innenleiter vom Tastkopf hier an und einmal den Außenleiter vom Tastkopf an die zweite Steckdose. Jetzt sind wir wieder beim Punkt wie vorhin. Es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 und das ist wieder die bessere Möglichkeit. Links an der Steckdose befindet sich L. Rechts an der Steckdose befindet sich N. Wir haben also unsere Phase auf dem Innenleiter. Der Innenleiter geht hier ins Ostsee rein. Wir kriegen hier keinen Cotschluss. Es passiert hier nichts so weit. Alles auf der sicheren Seite. Der Nullleiter geht hier auf unseren Außenleiter. Der Außenleiter ist jetzt nicht mehr mit PE verbunden. Das heißt, der FI fliegt nicht. Wir können total super messen. Soweit kann man das Ganze nachvollziehen. Jetzt kommt der schlimmere Fall, weil man denkt sich, ich bin auf der sicheren Seite. Trendraffo, alles gut. Der schlimmere Fall, wir haben hier L und wir haben hier N. Wir haben hinten den Trendraffo dran. Bedeutet, unser Nullleiter geht hier auf den Innenleiter. Das passiert innen drin nichts. Nullleiter haben wir vorhin schon gehabt. Unser L geht jetzt auf den Außenleiter, geht in unser Ostsee rein. Wir haben auch hier kein PE-Bezug. Er misst auch den Außenleiter. Wir sind immer noch total super und im sicheren Bereich. Aber, Leute, jetzt scheppert es anständig. Und zwar nicht im Ostsee, auch nicht in der Schaltung, sondern, wo scheppert es, wer hat schon eine Idee, es scheppert genau an dieser Stelle hier. Denn wir haben jetzt auf dem Außenleiter, auf unserem Schirm vom Koaxialkabel Netzphase anhängen. Und jetzt, Leute, wirklich Achtung! Drei große rote Rufezeichen. Das Ostsee misst korrekt. Es fliegt keine Sicherung. Alles ist im grünen Bereich. Bis zu dem Moment, wo ihr gegen den BNC-Stecker fasst. Ihr steckt jetzt einfach mal den BNC-Stecker aus. Ihr steckt irgendwie einen Kanal um oder ihr kommt irgendwie am Tastkopf hier vorne dran. Ab dem Moment berührt ihr Phase. Und diese Phase hier hinten ist nicht galvanisch getrennt. Diese Phase da hinten hat Erdbezug. Das heißt, der Strom von der Phase fließt über euren Körper in den Boden. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt Aua, Krankenhaus, Tod, Verderben. Also wirklich Lebensgefahr an dieser Stelle. Wir kommen also wirklich zu dem Punkt, wo ich sagen muss, wenn ihr mit dem Ostsee irgendwas Spannungsmäßiges, Netzspannungsmäßiges messen wollt. Nehmt einmal das Ostsee, hängt das Ostsee mit der Versorgungsspannung an einen Trenntraffer. Schutztrenntraffer heißt das Ganze sogar. Also der braucht eine gewisse Schutzklasse, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Und das DUT nennt sich. Das ist ja immer Device under Test. Also das Teil, das ihr messen wollt, testen wollt, auch dieses Teil über einen Trenntraffer ans Netz hängen. Denn nur so stellt ihr sicher, dass ihr auf beiden Seiten potenzialfrei, galvanisch getrennt von der Erde unterwegs seid. Und nur so stellt ihr einigermaßen sicher, dass ihr wirklich auf der sicheren Seite seid. Ansonsten, wie ihr hier gesehen habt, ihr könnt hier euch einen tödlichen Schlag zuziehen. Ihr könnt hier vermutlich euch keinen tödlichen Schlag zuziehen, aber trotzdem seid ihr auf einer gefährlichen Seite. Und bei allen anderen Anwendungsfällen hier vorne haut es euch eh die Sicherung raus, haut es euch im besten Fall die Sicherung raus. Im schlechten Fall ist das Ostsee kaputt und im schlimmsten Fall passiert euch irgendwas wirklich lebensgefährlich ist. Überlegt es also wirklich gut, seid bedacht, wie ihr die 230 Volt messt, wenn ihr 230 Volt messen müsst und verwendet sicherheitshalber zwei Sicherheitstrend Trafos, wenn ihr dann irgendwas messen wollt. Denn mit einem Sicherheitstrend Trafo wäre die Phase hier dann auch nicht mehr auf Erde bezogen. Das heißt, hier passiert euch auch wieder nichts, wenn ihr in die Phase langen würdet, weil die Spannung und der Strom nicht über die Erde abfließen kann. Ich hoffe, das Video behaltet ihr euch definitiv gut im Hinterkopf, wenn ihr 230 Volt messen müsst. Denn da herrscht Lebensgefahr, Leute. Passt bitte wirklich, wirklich, wirklich auf. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ich bedanke mich, dass ihr die Serie so gut verfolgt. Ich bedanke mich über die vielen, 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 vielen Abos, die gerade reinkommen und ich wünsche euch noch viel Spaß bei den weiteren Videos, die folgen. Ciao.